So kommen wir Spiky Boy Habe ich keinen Ton? Wieso habe ich denn keinen Ton? Ei 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 Jetzt haben wir Ton Das war kein Ton hier Oh die sind so weit vorne schon wieder Scheiße Komm nicht hinterher wartet mal Spike nicht festhalten, du musst doch durch da Mach schnell Nicht so was machen die bitte Es kommen nicht viele weiter Seitdem es nur 40 sind immer Dann müssen wir uns echt beeilen Sonst sind wir in der ersten Runde schon raus Ist mir schon so oft passiert Komm Spiky los du musst schnell Also so Dann wird das nicht Spiky Oh Oh was war das daneben schon wieder war die mich verarscht mal zieh dich ey Marlon 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 kleiner kleiner gib mir meinen Schwanz wieder nein ey den hole ich mir jetzt von ihm wieder ist mir jetzt egal wo ist er da ist er Mann da war der Weg hat er verloren er hat schon viele weitaus mehr Stunden ja ist für dich ein bisschen schade immer noch wenn man da nicht belohnt wird Kirche Orange Melone Kirche Orange Melone und Banane Kirche Orange Melone und Banane Kirche Kirche Können wir hier stehen bleiben Oh ja Das ist ja schön Oh was Oh Hä Nur unser Team lebt noch Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Leute Wir haben einfach gewonnen Wir haben alle rasiert Sehr schön Ich durfte einfach nur da stehen bleiben Ich würde mich auf der Seite Ich würde mich auf der Seite Das ist noch Oh nein Oh Oh Einfach der Profi Die dritte Krone heute Ah nein Wir sind da im Team Scheiße Oh Mann das wäre jetzt eine Krone gewesen Was meinte ich Wir sind da ein scheiß Team Wir haben ja gar keine Krone Ey Na komm Was macht der denn da Der steht nicht auf Ernsthaft Oh 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 Ah Was mache ich denn hier Hoppala Ey Ich will hier weg da Oh ne Oh ich steh hier fest Oh ne Oh ne Oh nein Oh ne was war das denn Ah Das zum Thema Solo und Krone Ja wunderbar Ich ist ja Alle Oh Ich Ich